Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries KITT für den einfachen Sprachgebruch. Oder KITT, falls Sie das vorziehen. Erstatten Sie, dass ich mich wieder einschalte? Ja, ich glaube, Sie müssen mich wieder einschalte. Sie wird es bitte unterlassen, Mister. Ich muss doch sehr bitten, das erlauben Sie sich. Michael, jemand will sich Zugang von mir verschaffen.